Ich hab noch ne Mega-Face-Point Für dich lieben Ja du, den Gesicht ist sowieso ein... Ja okay Warte ich guck kurz Okay, er hat nichts zurückgeschrieben, so Haben wir das auch erledigt? Ja, der kommt sicherlich nochmal gerne Vielleicht ist er ja auch im Urlaub oder so, könnte sein Manche Menschen fahren ja in Urlaub Weißt du nicht wo der wohnt, vielleicht hat der ja auch noch nicht Ferien So wie ich Und die Menschen fahren ja auch in Urlaub Ja, so wie Paul Ja Die Menschen auch noch in Urlaub zu fahren, so wie Leo Ey, fass, mittlerweile mittlerweile Ist das der richtige Weg den wir laufen? Willst du von mir Leo? Ich will doch gar nichts von dir, ich lauf hier nur überhalb Ich hab grad irgendwas gesagt Ja, ob wir auf die richtigen Gute laufen Ja gut, richtig Kannst du übrigens auch einen Wegpunkt setzen, ohne äh, an dem exakten Koordinaten zu sein, ne? Ja, jetzt musst du Koordinaten abwenden dann Genau, musst du einfach Koordinaten eingeben Ja Dann hast du zwar einen namenlosen Koordinaten, aber egal Warum kannst du ja auch einen Namen eingeben Echt? Kann man Echt? Kann man? Äh, wir waren jetzt nochmal Ahja, musst du einfach nur eingeben, ne? Ahja, stimmt Das geht Würde ich sagen, einmal durchschauen durch das Observatory Schaffen wir noch, ja? Hm? Schaffen wir noch, ja? Schaffen wir noch, ja? Hm? Dann gehen wir nochmal ein Stück außerhalb, locken uns aus, dann hast du das Aber, ob wir hochkommen, das dauert er wieder ewig Soll ich alleine hoch? Lass mal gucken, wie viele Spieler das sind Vielleicht Wagen es lieber noch nicht und gehen nächstes Mal lieber, wenn es vielleicht ein bisschen leerer ist Eher zumindest keinen Namen Ja, Namen sind Keine Ahnung Oh Gott, der ist verschwunden So, die Kiste ist schon mal da, die Essenskiste hier Ja, ich kann ja mal eine Cookie essen Wie viel steht denn Cookie her? Einen Weil das eigentlich sich nicht lohnt, vielleicht erst wenn man ein Leben verloren hat Geh dann mal eben hoch Ich will aber mitkommen, ich will nicht hier langweilig unten stehen Ok, wieder Adventinap time, Leute Muss mir mal Tipps geben, Jonas, ne? Weil ich weiß schon wieder nicht mehr, wie es hier hoch geht Oh, Alter, hat es gerade geleckt Jetzt da um die Ecke springen Jetzt da um die Ecke springen Und springen? Ich will die an, sondern nur um die Ecke springen Okay Jetzt die an, ja Mit meinen zusammen Mit meinen zusammen Mit meinen zusammen Schere, Dixums, Bandage, Schere Ja Daher habe ich dich jetzt mit dem, mit dem roten geheilt Ja, hast du Okay Ich habe Schüsse, dass ich runterfällt Ja, wird es noch anderthalb weg Der Zombie ist, wir kommen erst mal zu zweit von oben Geh doppelsprung nur Oh, wie lange jetzt habe ich die Pfeile vergessen Ach, Jonas Ja, stopp Alter, Jonas Ich springte, ich muss die Bandage einsetzen Und da ist die Bandage dann auch weg Geil Ich bin Jonas Burner, ich fall da runter Ja, ich bin, glaube ich bin in so eine komische Ecke gejampt Jetzt habe ich jetzt auch schon deinen Namen Dann sagst du nächstes Mal zurück in die Stadt und eine neue Bandage holen Ja, echte Jetzt habe ich auch so gesehen deinen Namen gesagt, aber ist egal, aber Ne, das ist nicht sein echter Name Eigentlich wird da mit U geschrieben Ja, genau Dann mag es mich nicht geben, aber Ja, doch, ich habe schon zwei Kasspunkte Ja, bitteschön Ich weiß nicht, wie du da ausgestattet bist Ja, ich habe ein fast Kaputtes und ein fast volles Oh, jetzt haben wir es hier eingesperrt, Edge Noch mit hochkommen? Hä, wie bist du denn, hä? Ich fahre Seite her rum, Alter Ja Ach, hier Alter, holy moly Das ist fies hier echt Hätten nie die normale Windeltreppe bauen können Vielleicht war es ja mal die normale Windeltreppe So als Windeltreppe nix Ja, jetzt haben wir hier bisschen äh Wind und so Format muss man hier runter Ist nicht voll geil, wenn du in der Höhe bist, dann ist so ein Wind Hier ist ein Bogen drin Alter Gib mir mal die Kettenhose raus, und was kannst du haben? Bogen? Ja, nice Jetzt geht es wieder nach draußen legen Alter, holy moly, ich habe jetzt Schiss An der Stelle habe ich wirklich immer Schiss Ich auch Egal, wie auf dem die springt, man hat jedes Mal Angst Ich bin da schon mal runtergefallen Ich habe es überlebt Echt? Da bin ich noch so auf die Kante gekommen Der Sprung hier ist so fies Aber er geht eigentlich nicht Wie? Okay, puh, haben wir es geschafft Bulls Wirf Telescope Alter Schwede Was ist drin? Ich soll da mal rein Lol, nice Einen toll Alkohol, das Eisenschwert Na ja Ah, der Granate wieder Ich meine, die größte Eisenschwert Immer die Granate, ja Mir ist Eisenschwert Du kannst die Hose machen Ja Wenn sie noch Lederzweck brauchst Kann ich mal probieren mit der anderen Lederhelm kann ich auch gebrauchen Eisen ist ja die beste Ausrüstung, die man in meinen See bekommen kann Warum eigentlich kein Diamant Ich glaube, wer ist zu stark wär'n Naja, gut, stimmt Okay, jetzt wieder den Weg nach unten und hoffen, dass kein Spieler unten wartet, der uns wieder wegpratzt mit seinem Wer war das letzte Mal? Ja, so ein Typ mit seinem überkreissten Bogen Na, stimmt Und auch schon wieder in der Kiste gespawnt Boah, Alter Dein Schwert Ich sehe echt, die Muffensausen hier Was? Dein Schwert? Interessiert? Dein Schwert, ja, ja, immer Danke Ganz kurz viel Pären Mach schon mal weiter nach unten Komm, ich gammel das gerade richtig an mit der Bandage irgendwie Ja, das glaube ich Ich bin gerade im überlegen, ob ich dann offline vielleicht nochmal zu der Stadt gehen soll, wir mir in eine Bandage holen sollen Daher kommen sie Ja, aber willst du jetzt, äh, wirklich da nochmal hinlatschen? Achso, zu der alten Stadt, ich dachte, du willst zu einem neuen gehen, okay, na, ne, ne, ne Nee, weil die Binde 9 gibt's so'n Zwick nicht mehr, so'n Gammelzwick eigentlich Alles klar, ja, hier Erstmal im Kreis latschen Ja, aber da hast'n Zombie vor dir Zombie ist zwei sogar, drei Warte, ich helfe dir Bevor du runter gehst Oh, Alter, ich bin fast runtergefallen Schaffst du's? Schon klar Ja Ich kann dir leider nicht helfen, weil, dann schlag' ich dich So Hast du noch, äh Ich würd sagen, wir gehen noch eben raus und dann zum Neustart, haus'n Eros davon genannt werden Genau Äh, hast du Leben verloren? Irgendwie? Ne, okay Wir warten noch ein Zombie Alter, wo kommen die alles her? Jetzt mal waren ich nicht so viele Ne, waren wir Spieler Ja, aber ist mir lieber als Spieler ehrlich gesagt Auch wenn die ein bisschen overpowered sind Aua Halt Zombies, ich bin gleich down Ja Hast du ein Haltrank? Halbes Herz Halbes Herz Halbes Herz Geht schon, schnell ins Haus Schnell ins Haus Schnell ins Haus Schnell ins Haus Heil mich, heil mich, heil mich Loll 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 Sagen wir, wir warten uns noch ganz kurz ab und dann schauen wir noch mal ganz kurz drauf, weil ich fühlt sich jetzt nicht gern Alter, bei so'n Ende, es wär voll mies für die Zuschauer Oh ja Oh ja Boah Geht's rauf, nee, jetzt ist er offline EO4 könnten wir natürlich Geht auch bestimmt auch gleich offline oder nicht? Nein, ich lass mal drauf gehen einfach Okay, EO4 Äh, kann ich mal aufgehen? Na, ich muss noch warten zum 30. Ah, ich auch Ne, hä? Kann ich mal auf... Ah, jetzt geht's EO4, eh, hä? Okay Der klickt me join, aber... Ich warte mal während wir warten da Wenn ich mal... Alter, es geht ja mal alle weg, die Momos So, ich geh jetzt auf EO3, ja? Don't spam the sign Okay, jetzt werden wir noch 6 Sekunden warten Jetzt bin ich wieder drauf Auf EO3 oder auf EO4? EO3 EO3 EO3? Ja, EO3 Boah Das Leben, ja? Genache Generation, so, sie ist jetzt vorbei Dann wirst du wahrscheinlich nicht voll haben wieder Hast du noch einen Heiltrank? Nee Aber ich kann nicht ja... Nein, ich hab jetzt wieder keine Bandage mehr Warte, wie lange dauert es noch, bis ich dich wieder heilen kann? Drei Minuten wieder Dreieinhalb Minuten Lass mal wieder rausgehen hier, bevor noch ein Spieler kommt, ne? Ja, auf jeden Fall erstmal ein Stück weggehen Lass mal irgendwie einen Punkt, wo ich dann... Äh, ich denk mal, ich werd dann irgendwie morgen oder so Außerhalb der Aufnahme Mal kurz zu der Stadt gehen, nochmal zurück Eine Bandage holen und wieder herkommen Genau Wirst du die Granate haben? EFN Lass mal einen festen Punkt aussuchen Wo wir uns auch... Wo wir uns gut merken können, dass wir uns ausgelockt haben Ja, müssen weiter Liquidities sagen So weit weg brauchst du gar nicht Nur, dass du halt... Sichtweite bist Ja Hier die Ecke des Zauns oder so Jetzt mal trinke ich noch einen schönen Schluck Ja, ich auch Das guck mal drauf Ja, ich auch Ich hab' eine spannende Aufnahme wieder, weil wir es mal in die Reinkombe Ja Dann, wir gehen der nächste Mal dann, würde ich sagen, Richtung in den Untergrund schädlich Ja, Gott genau Aber es trotz noch ein schönes Stückes geht ein ganzes Stück, wenn man nicht, hoffentlich stellen wir nicht vorher. Jut. Vielen Dank fürs Zuschauen, genau, und bis zur nächsten Aufnahme. Out rein, Leute. Tschüss.